Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Daisy Standalone Zu zweit Ich glaube er ist noch nicht eingeloggt Egal Ich kann ja mal kurz seitlich durch die Garagen gucken aber ist nichts dazugekommen Was ist dazugekommen? Hallo Ich habe noch kein Interesse, erstmal muss ich gucken Hallo Hallo Warte, komm her Hallo Siehst du, das meine ich, du bist so unfreundlich Ich schieße dir ins Knie Oh, scrollen Video Fenster Video Ich habe schon wieder auf Abbrechen geklickt Also jetzt kann man wieder scrollen Deswegen Jo Ich würde gerne für die Pistole auf jeden Fall nochmal Dings dann finden So, Tag und Nacht habe ich wieder vernünftig eingestellt Hü Hü Full Goss Bomb, bomb Hart Bomb, bomb Unfall Jetzt überhole ich ihn, guck Zweiter Gar Oh Gott Alter, schalten Das darfst du nicht machen Äh Gleich musst du bremsen Da liegt nämlich noch eine Tür auf dem Boden Noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen Da liegt es schon Geil, Alter Alter Muss er die Dücke aufmachen So wie es richtig ist Warum ist das gerade so kalt, Alter Richtig so einen Schauer bekommen Ja, es sind echt zwei vorne links, ne Ja, ich weiß Egal, nehm erstmal mit Egal, freut sich ein rotes Auto Jo Warum fahre ich nicht Ne, ich glaube ich fahre auch gleich mit dem Schauer, oder? Ja, wohl Hauptsache an dem Auto ist nichts dran, mit dem du fährst Oder halt so wenig wie möglich Ja Weil gerade finden wir ja ganz gut Sachen für den Oh Äh Also hier haben sie ganz schön zombies drin geknallt, hier vorne Ja Ah Wir fahren gleich Richtung Ausgang, also Richtung anderer Ausgang Weil da sind ja Zelte, Armee Zelte hingekommen Da möchte ich nochmal looten, da möchte ich mal gucken, was es da so gibt Falls es da jetzt irgendwas gibt Ja, ja Und nach links, da waren wir letztens erst Da wollen wir mal vielleicht nach rechts fahren Da wollen wir mal wieder irgendwie neue Standorte Befahren Neue jetzt nicht Aber halt alte und Wenn wir jetzt hinten links nochmal fahren Da finden wir ja auch noch den blauen, ne? Vorsicht, Vorsicht, Bremse Achso Ich hab den Zettel bestimmt noch hier irgendwo liegen Das war halt bei dieser Ehen Tankstelle Tja Ich glaub, den stell ich dem auch hinten hin, wa? Zu den anderen, den ich hier war Boah Ja Ja Oder soll ich ihn aufs Feld stellen, so wie den weißen, der da Den ich vorher hatte Na, ne, ich stell ihn hier hinten hin Ja, stell nach hinten Hä? Doppelklick So Äh, ich nehme einmal alles mit So gesehen, dass wir nochmal ein Auto an sich komplett reparieren könnten Das reicht ja, wenn du einmal Ne, du brauchst ja gar nichts mitnehmen Ich hab eine Zündkürze noch mit Ja, ja, gut Das nimmt jetzt nicht so viel Platz weg Oh, schade Hinten hatten wir schon für den grünen Lader Ey, wir müssen auch unbedingt einholen, einen Lader Oh, der Lader ist komplett voll Da gehört das auch nicht rein Wow, der Lader ist komplett voll Da gehört das auch nie rein Warum ist hier Edda-Türen? Ne, Ada, das ist ja der Lader Der Lader, ja Ladertüren, ist alles richtig da drin Warte mal, was ist denn das hier? Eine rechte Tür Warum ist das nicht linke, Alter? Weil wir die noch nie gefunden haben Junge Oh, warum ist hier die Tür zu? Lass dich diesen Drecksding hier drin liegen So Ich hab doch mal zwei Batterien gefunden Achso, eine kann ich ja hier mal wechseln, wa? Ja Ich bin ja, wo ich hier diese Rundkurs gemacht hab Da hab ich ja hier ordentlich die Taschellampe benutzt So, hier kommt Munition rein Diese hier Okay, komischerweise die Ich weiß zwar nicht, für welche Waffe ich Oh Gott, da ist auch noch so viel Munition drin Für meine Oh Gott Egal Scheiße Ich hab gar nicht mehr daran gedacht Ne, es ist langsam nicht mehr Aber das war jetzt ein schönes Sozieren Weil es nicht so krank Viel ist Oh Gott Tja, mein Sohn Wohin denn damit jetzt noch? Kann ich nur Kopfschütteln Was soll ich dazu noch sagen? Das kann nicht sein, ey Achso, ah Den Ich sage mal, vergammelten Apfel Will ich ja gleich essen, dass er weg ist Äh, was hat vergammelt? Getrockneten So Oh, ich hab da Noch so viel Scheiße drin Eine Güntertür Vorne rechts Warte mal Ach, die haben wir natürlich auch Naja Gut Habe ich jetzt hier noch etwas drin gehabt? Nö Guck mal Hat was Rot würde es bestimmt noch geil aussehen Ja Äh Brauchen wir den Oder in Weiß Brauchen wir den nicht mehr? Das Blaue? Naja Ja doch Die kannst du mir nach hinten bringen Und alle Türen bis auf die Beifahrertür Brauchen wir Meinst du von dem Schwarznetze? Genau Ne, mit nach hinten, nach hinten, nach hinten Kannst du gleich ranbauen Alle Türen bis auf Oh, also alle Du kannst das später wieder alles umbauen Aber lass es am besten immer erst mit nackigen Autos fahren Ja Ist das nicht interessant für euch Wie wir hier Türen schleppen Front klappen Und Das wollte ich auch noch probieren Ob man damit geschützt ist Ach ja, stimmt Das hier ist Das ist hier nicht PUBG Meinst du nicht? Wenn wir uns eine Bratpfanne am Arsch hängen Geht das? Weiß ich nicht Holst du nochmal kurz hier ein Die letzte Tür Ich guck mal hier kurz durch Also wir brauchen auf jeden Fall noch Ja, halt die rechten Türen Und vorne und hinten Ich guck jetzt mal allgemein wegen Sachen, die wir hier noch irgendwo drin haben Die ich irgendwo ranbauen kann Ne Tatsächlich Hä, links? Ach, rechts Hier hab ich schon reingeguckt Au Die Fahrradtür könntest du tatsächlich sogar nehmen Scheiße Weil die haben wir hier nochmal drin in dem Weißen Vorne rechts kannst du auf, wenn du willst, nehmen Saka hinten rechts? Hey Die können ja hier ran Toll, hättest du gleich drin lassen können Guck dir das an Ja, ich weiß Das Ey, mit dem Büro zieht das auch Mhm Ey, ich will irgendwann Oh, guck dir das doch mal an Oh, geil Ein knallbuntes Auto Oh Das Das ist mein Ziel Dass ich Muss ich nicht unbedingt mitfahren Aber Dass hier hinten eins steht Scheißegal, was für eins ist Es muss knallbunt sein Aber halt eins mit vier Türen Nicht hier so Nicht den Lader Ey, Ader, Entschuldigung Ach, dann will ich Ich weiß ja nicht, mit welchen du am liebsten fährst Ich fahr am liebsten mit dem Günther Also ich momentan tatsächlich mit dem Saka Irgendwie Weil der Motor hinten ist Da hab ich nicht so Angst, weil ich Unfälle baue Irgendwie Scheiße, der Benzinkanlister muss noch Wasser rein Oh, hab ich ganz vergessen Äh Ich fahr schon mal zur Quelle Wär natürlich cool, wenn du jetzt direkt mitkommen kannst Schon, aber wenn nicht, dann nicht Ey, warte mal Ich hab hier noch eine Frontklappe Dran Und eine Tür hinten Ich hab noch ein bisschen Crap Pistole hast du irgendwo Schon drin gepackt alles? Nein, hab ich noch Scheiße, siehs muss auch noch reinsortieren Ah Oh, Gott sei Dank Ich hab hier noch nagelneue schwarze Sneakers Uh Gashi, Alter Weiß gar nicht, was du hast Das ist ein Maul Ich hab hier noch einen Wasserkranister, ne? Komplett Nur damit das war ist Voll? Ja gut Ja, voll Ja, aber trotzdem Ich nehm erstmal den leeren Äh, nehm mal bitte meine Tür von meinem Auto nochmal hinten Rechts Dass die auch weg ist Weil ich muss auch noch gleich Ja, ich wollte jetzt hier schnell noch Ach, jetzt auf einmal Hat dann wieder hier an Ähm, an, ähm, ähm, ne? Sachen Sachen so dies, das Oh, jetzt kann man die Jutebeutel nicht übereinander stapeln Hm Dann musst du die schlechten Beutel nehmen Scheiße Heilige Munition, sag ich nur Was ich später denke Dass wenn es regnet Und man hat keine Türen drinnen Dass einem kalt wird und sowas Würde ich schon fast sagen Oder Naja, ne, schneller fahren Das hab ich schon ausprobiert Ob die dann dadurch schneller sind Wenn sie Türen dran haben oder so Siehste, ich wollte gucken Äh, ob ich die Mosi noch zerschneiden kann Kannst du ja machen Ach, ich hab so viel gefunden gehabt Egal Ja Hä Wo ist denn das Jagdgewehr Was hier hinten war Was hab ich da vorhin noch gesehen Hat er hier sehen? Jetzt ist es weg Habe ich das schon zu mir hin sortiert? Scheiße Jo, hab ich wirklich Ja, das ist das Visier auf dem Jagdvisier Wieso kann ich das Lagerfeuerbein Nicht einfach so sinnlos aufstellen? Scheiße Was hast du hier hingeschmissen? Auf dem Boden Achso, die ganzen Sachen Achso, okay, okay Wo ist die Säge? Draußen, ja Drau Ja Ach, hier ist der Wasserkanister Oh, so ein richtig geiler Hut Ist hier noch drin Zu meiner Tarnkram Der Angelhut, ne? Ach ja, Angelhut, ja Den hab ich grad reingepackt Geil Ja, wie gesagt Da kannst du einen Haken ranmachen Das ist voll geil Was? Drei Fünf Siebener Munition? Warte mal Das ist das Neue Für das Gewehr hier Was du hier hinten reingepackt hast Ja, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken Ob ich die auch schon mal gefunden habe Aber ich glaube, nein, nein Ja, drei Fünf Siebener, genau Für die Winchester Das ist das Repetierer Karabiner So heißt er Ja, versuch mal jetzt hier Ah, das geht Oh, nice Ah, geil Von dieser großen Waffe Das gibt's denn echt auch als Abgesägt Für Airsoft und so, ne? Wow Wird Diese Kleine Oh, ist die kaputt Ja, die Ja, die Komischerweise sind die übelst beschädigte Wesen In meinem Ding Alle Mann Die ganzen Waffen Cool Äh, ah ne Panzertape, ne? Panzertape Habe ich doch vorhin hier reingepackt Oder haben wir einen Waffenreperatur Oh, egal Hallo, guck an Alter, Schwede Hat was Geil, Alter Das ist cool Das ist cool Nimmt die jetzt auch mehr Platz Äh, wie Ja, die nimmt jetzt auch viel weniger Platz weg Die kannst jetzt oben sogar eine Jägerjackerin packen Ich brauche jetzt 5x2 Platz Gut, das ist noch coolerer Vorher hat sie Ja gut, war ja bei Apfensekten auch Aber alles egal, ist schon geiler Vorher hat sie einfach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Zehn Plätze verbraucht Zehn mal 3 Und jetzt war nur 5x2 Alter, jetzt habe ich wieder übelst Platz In meinem Ding In meinem Zelt Habt ihr das gehört? Also alles kaputt schneiden Alles kaputt schneiden Was geht, Junge Ist es auch deutlich leichter? Habe ich jetzt nicht drauf geachtet Achso Äh, die Ja, ich weiß nicht, wie sie vorher war Habe ich doch hier Etwa 5 Und die Ja, 1 Kilo leichter Etwa 4 1 Kilo für so ein bisschen abschneiden Naja Egal Was cool ist das? Ja Wasserflaschen pack ich Batterien, Batterien So, gleich wieder hier auffüllen So, geil Was hast du denn hier drin? Oh, warum Achso Ey Was ist das für Achso, für den SG-5 Achso, du ja MK MK2 habe ich auch noch mal Hilo Oh, du hast hier noch eine Feldflasche Und die leer ist Nein Ja, kann man Egal Oder warte, warte Nee, warte, ich nehme die Mitte Packe ich die andere ein Die ich hier noch habe Die voll Ja Gut Wir fahren jetzt sowieso noch mal ganz kurz hoch Und werden noch mal dann unsere Beine auffüllen Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass das mit der Zeit irgendwie gerade nicht so ganz klappt Oder wird das gerade noch Tag Ich hoffe Wir fahren direkt mit beiden Autos, ja Hm, ja Ich muss noch die Säge weg Die Säge hat er noch dabei Habt ihr das gehört, Leute? Die Säge Die Säge Hobby ist doch Hey, denn ist scheiße, wenn wirklich nur die Fahrertür dran ist Da fühle ich mich irgendwie voll verarscht Achso, ich packe es jetzt noch mal raus Was ist denn mit dem da? Der war kaputt, ne, glaube ich Der da auf dem Feld steht, oder? Ähm Du hast jetzt einen Unfall mitgebaut, aber Das war, glaube ich, der, der übelst Benzin verloren hatte Benzin, ja Irgendwas hatte der Den hatte ich ja dann nachher den anderen genommen, der eigentlich daneben stand Und der ist ja im Arsch gegangen, weil ich auch wogegengepelzt bin Ja, mit dem einen bin ich wogegengepelzt Und was mit dem anderen? Äh, der ist kaputt gegangen, weil ich wogegengepelzt bin Okay Ne, schlecht Am schlimmsten war es immer noch der erste Rote, den ich hatte Seitdem ich den Baum gesenkt habe Ne, Schild Schild Ne, das war der zweite, glaube ich Oh Ja, das war der zweite Okay, ich höre irgendwie einen Zombie Ach da Brä Noch ein Zombie Hinter, da, hinter, hinter dir, rückwärts Okay, warte Äh Und noch einer Brä Brä Reicht das? Das reicht So Fülle ich mal Wasser auf Äh, da Ich guck so nach hinten, ja In Richtung mein gelbes Auto Und du guckst mal so Richtung Straße, so, ne Mal immer so ein bisschen hin und her Achso, ja, achso Du bist ja Oh, da kommt einer Da kommt einer Bei mir Bei der Kran Kümmerst du dich drum? Weil ich muss ja hier nur nach Der guckst gar nicht Der steht doch nur da Ja, jetzt, ja Ja, der ist eben gerade noch ein bisschen getuckert hierher Aber nicht schießen Der macht ja immer Die laufen immer um So, das Knicklicht ist weg Das kann ich schon mal wegschmeißen Nicht, 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 nicht Er ist weggeschmissen Ich würde mir noch eine Pistole reinpacken Warum, warum entknickst du das nicht einfach wieder? Da kannst du es wieder benutzen Kannst du noch kreuz machen Einfach wieder gerade knicken Und ins Gesicht kriegen kannst du es weg Du meinst jetzt nicht ernsthaft das Knicklicht, oder? Wenn ich sage jetzt knicklicht, dann meine ich das Knicklicht Dude, das kann jetzt auch Ah, wir haben das hier, ich wollte das mal ausprobieren mit dem Seil Ob man das irgendwie so im Hals packen kann Das wäre geil Einfach umhängen Das wäre so Hammer Irgendwann in Wirklichkeit, wenn wir im Wald sind Dann brauchen wir auch Knicklichter Ja Ist die Frage, wie lange halten die wirklich? Boah Auch nicht lange, oder? Ja, zwei Stunden Die werden ja langsam immer dunkler Ich weiß nicht, das letzte Mal, wo ich so ein Ding hatte Da war ich, was weiß ich Selbst diese Mini-Dinge hatte ich ja damals auch immer Da warst du zwölf, das ist schon mindestens 50 Jahre her, sage ich dir Mindestens Blöd Ich muss nachher gleich mal wieder eine Dose mitnehmen Achso, na gut Die habe ich mir eben gerade wieder ingepackt Wir halten mal gleich an der Tankstelle Ich fülle mal kurz einfach nur mal nach Wegen Benzin, dass wir mal hier wieder refreshed haben Beim Jörg Pass, glaube ich Doch Doch Achso, sowas hast du natürlich nicht dabei, ne? Nochmal extra Benzin und Wasser Tank Hab ich drin Achso, brauchst du eigentlich nicht Da hättest du mehr Platz Ja Was hat denn der im Schutzkoffer drin? Was hab ich denn im Schutzkoffer drin? Was zu fressen Und mein Blut Einmal Gut Dann mal wieder erstmal vielen Dank fürs Zuschauen Abonniere mich, gib doch noch oben Schreibt den Kommentar, wie euch das Video gefallen hat Tschüss Tschüss